Hallo, ich bin Stella und ich wohne hier mit meinem Mann und meinem Hund im Norden von Deutschland. Herzlich willkommen bei uns zu Hause. In unserem Zuhause findet man viele schwarze Elemente. Das Thema Industrial hat uns von Anfang an sehr gut gefallen. Allerdings mögen wir es auch gerne warm. Deswegen findet man bei uns auch beige Akzente und einen warmen Holzfußboden. Ich liebe es, den ganzen Tag umzudekorieren. Deko ist meine große Leidenschaft und ich finde, dass man schon durch kleine Veränderungen manchmal ein ganz neues Raumgefühl schaffen kann. Am allerliebsten habe ich meine vielen, vielen Vasen, die auch häufig mit frischen und trockenen Blumen dekoriert sind. Mein persönliches Highlight bei uns zu Hause ist aber definitiv der Outdoor-Bereich, weil wir da sehr, sehr viel Speis, sehr viel Arbeit reingesteckt haben und es am Ende unwahrscheinlich gemütlich und mediterran geworden ist. Da halten wir uns am liebsten auf. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke von unserem Zuhause gefallen. Macht's gut! Tschüss!